Tag auch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem spannenden Gespräch zu Faktenchecks mit Alfred Masur. Und mit Alfred haben wir auch schon einige Aufnahmen bisher aufgenommen bei Übertage. Und tatsächlich wird es jetzt so sein, dass wir Alfred so ein bisschen in unser Team mit aufgenommen haben. Und ja, nicht in dem gleichen Maße wie jetzt Joshua und ich. Also es wird auf jeden Fall so bleiben, dass wir beide das Gesicht von Übertage bleiben. Aber Alfred wird uns inhaltlich unterstützen, wird vor allen Dingen mit Joshua zusammen auch mal an Folgen arbeiten, wird uns da eben ein bisschen unter die Arme greifen. Er wird ab und zu in Streams auftauchen, wie jetzt heute bei diesem Überdeutlich und da mit Inputs das Ganze nochmal auf ein anderes Level bringen und nochmal spannende neue Gedanken reinbringen. Und wir werden natürlich auch weiterhin mit ihm tolle Folgen zusammen realisieren. Dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, dass wir uns ein bisschen breiter aufstellen, um halt die Qualität von Übertage und den Output, den wir so haben, zu garantieren. Also auf jeden Fall viel Spaß mit diesem ersten besonderen Livestream mit Alfred zu Faktenchecks. Du hast ja diese ganze Faktencheck-Geschichte, hast du ja immer in Kombination eigentlich gemacht mit dem Thema Verschwörungstheorie normalerweise. Genau, also da hatte ich einen Vortrag dazu vorbereitet, den ich schon mal gehalten habe. Aber ich dachte jetzt für diesen Zweck und dieses Format ist es ganz gut, das eben aufzuteilen und einfach nur zum Thema Faktenchecks was zu erzählen. Es gab ja auch über Verschwörungstheorien schon eine gute Übertagefolge und deswegen muss man das jetzt vielleicht nicht nochmal aufwärmen. Und ich dachte, das wäre dann interessant, heute einfach über Faktenchecks zu diskutieren. Ja, Citrus, das müssen wir mal gucken, ob das noch funktioniert für die Zukunft. Ich habe jetzt, also vielleicht geht das, aber ich habe jetzt das erstmal auf einfach gemacht. Ja, der Rote Anarchist hat schon eine These dazu. Vielleicht fange ich dann einfach an, oder? Ja. Gerne. Genau. Also, ich habe mir ein paar Gedanken über Faktenchecks gemacht und wahrscheinlich kennt das auch jeder und jede von euch schon und hat vielleicht das schon mal ausprobiert oder so. Es sind ja... Ich tatsächlich noch fast gar nicht, muss ich sagen. Ja? Okay. Also, es sind ja jetzt im deutschsprachigen Raum, also vor allem zum Beispiel der Faktenfinder, der Tagesschau ist bekannt. Dann gibt es den Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk und Korrektiv, was eben auch sehr in der Diskussion war in der letzten Zeit. Und die beanspruchen ja quasi, dass sie halt vor allem im Internet entstehende Gerüchte und Missinformationen eben richtigstellen, indem sie das mit nachprüfbaren Fakten konfrontieren. Und das ist ja erstmal, hört sich nach einem ganz vernünftigen Ansatz an. Und ich möchte eben ein bisschen genauer darauf eingehen, inwiefern sie diesen Anspruch eben auch erfüllen können. Und werde jetzt erstmal ein bisschen was über Hintergrund und Entstehung von Faktenchecks erzählen und dann einige Gedanken dazu äußern, was ich eben an Faktenchecks auch problematisch finde. Also zunächst ist es ja ein relativ junges journalistisches Genre. Also in den frühen 2000er Jahren sind in den USA die ersten derartigen Projekte entstanden, wie zum Beispiel Faktcheck.org, PolitiFact und der Faktchecker der Washington. Post. Und das waren halt Projekte, die sich am Anfang hauptsächlich noch damit beschäftigt haben, dass sie halt Politiker Aussagen zum Beispiel in Wahlkämpfen überprüft haben und geschaut haben, stimmt das denn überhaupt mit den Fakten überein, was die so erzählen. Und da schreibt schon jemand, weil Wikipedia versagt hat. Also es stimmt tatsächlich, dass ich, wenn ich irgendwas quasi komisch finde, was ich im Internet lese oder so, dass ich dann meistens eher erstmal noch einen Wikipedia-Artikel dazu mir anschaue. Aber man kann natürlich auch so einen Faktenchecker sich dazu angucken. Genau. Also das waren eben so diese ersten, die ich jetzt gerade genannt habe. Und dann gab es so in den 2010er Jahren gab es plötzlich eine richtig explosionsartige Vermehrung dieser Faktenchecker-Seiten. Von acht Seiten im Jahr 2008 ist das auf 424 im Jahr 2022 angestiegen. Und damit einher ging auch eine Ausbreitung dieser Faktencheck-Initiativen über die ganze Welt. Also Schwerpunkt ist nach wie vor USA, aber also jetzt gibt es auch in Europa, Lateinamerika und auch in anderen Gebieten halt eben diese Initiativen. Und zugleich gab es auch eine Verschiebung der Aufmerksamkeit, dass es also nicht mehr so sehr um diese Politiker-Aussagen geht, sondern halt vor allem um Missinformationen in den sozialen Medien. Also sogenanntes Debunking nennt man das auch. Also sozusagen Richtigstellung von Falschaussagen in den sozialen Medien ist heutzutage quasi das Hauptgeschäft von Faktenchecks. Und betrieben werden die also zum einen von klassischen Medienanstalten, sowas wie zum Beispiel die ARD, die halt den Faktenfinder macht oder Bayerischer Rundfunk macht eben Faktenfuchs. Und es wurden teilweise auch solche neuen NGOs gegründet, die das dann eben gemacht haben, wie halt eben Korrektiv zum Beispiel auch eins ist. Und in den letzten Jahren sind auch als große Finanziers dieser Faktenchecks eben große Social-Media-Betreiber ins Geschäft eingestiegen. Also es gibt zum Beispiel von Meta, was ja von Facebook quasi so die Firma ist, gibt es das Third-Party-Fakt-Checking-Programm. Und das ist 2016 gegründet worden und hat in über 100 Ländern Partnerschaften und bezahlt sozusagen Initiativen dafür, dass sie halt Facebook nach Missinformationen durchsuchen und das dann eben melden. Und dann wird das entweder gelöscht oder mit einem Warnhinweis versehen und so weiter. Und das ist also mittlerweile quasi einer der Hauptgeldgeber für diese Faktencheck-Organisationen, die teilweise auch eben Geld von Facebook nehmen und damit auch andere Projekte querfinanzieren, wenn sie irgendeine kritische Reportage oder sowas machen möchten. Genau. Auch bei Korrektiv ist das im Übrigen so. Die haben auch eine Sparte, dass sie eben mit Facebook kooperieren und da eben Sachen untersuchen, die man bei Facebook lesen kann. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum das dazu kam, also warum es jetzt plötzlich in den letzten Jahren da so einen Boom dieser Faktenchecker-Organisationen gab. Und meiner Ansicht nach liegt das darin, dass es also zwei Arten von Herausforderungen für den klassischen bürgerlichen Journalismus gab in den letzten zwei Jahrzehnten. Und also das eine ist eine technologische Herausforderung. Einfach durch die neuen Möglichkeiten des Internets und auch Social Media hat sich eben der Medienkonsum stark verändert. Und die Verkaufszahlen und auch die Werbeeinnahmen der Printmedien sind stark zurückgegangen. Auch die Auflagen von klassischen Zeitungen sind zurückgegangen. Und immer mehr Leute informieren sich halt über soziale Medien, übers Internet. Und das ändert natürlich die Medienlandschaft sehr, sehr stark. Und das führt auch dazu, dass so diese klassische Gatekeeper-Funktion, die quasi die klassischen Mainstream-Medien früher hatten, halt so nicht mehr funktioniert. Also früher war es so, was eben nicht durch eine Redaktion von, sagen wir mal, der Welt oder dem Spiegel oder sowas durchgegangen ist oder der Tagesschau. Das ist einfach in den Medien nicht vorhanden gewesen. Und damit konnten die quasi auch einfach steuern, was öffentlich diskutiert wird und was nicht. Und das funktioniert halt heute in Zeiten von Social Media und so weiter eben nicht mehr so. Und das ist, glaube ich, die eine Sache, worauf eben diese Faktenchecker reagieren. Und das andere ist eben eine politische Herausforderung, dass eben sozusagen auch die liberalen Eliten des Westens, die also bisher quasi das Sagen hatten, in den Industriestaaten des Westens einfach starken Gegenwind bekommen haben in den letzten zwei Jahrzehnten. Zum einen durch populistische Bewegungen innerhalb des Westens selber, die also in einigen Fragen abweichende Meinungen haben, sei es Migration, Globalisierung und so weiter. Und zum anderen eben, dass diese, die westliche Hegemonie auch insgesamt herausgefordert worden ist durch Staaten wie Russland, China und so weiter. Und beides spielt sich eben oder schlägt sich auch in der Medienlandschaft nieder. Also sowohl, dass eben diese populistischen Bewegungen jetzt auch versuchen, quasi ihre Medien stark zu machen, als auch, dass es sowas wie Russia Today gibt und so weiter. Also quasi Medien, die halt von den, ja, von diesen geopolitischen Herausforderern des Westens quasi, ja, gesteuert werden. In Deutschland gibt es ja Russia Today nicht mehr, ne? Genau. Das ist eine Sache, auf die wir vielleicht auch nochmal eingehen können, genau. Also das wäre dann schon der Übergang halt zur direkten Zensur sozusagen, wie man versucht, damit umzugehen. Aber zunächst mal ist es eben so, dass, ja, dass man halt versucht hat, durch diese Faktenchecker diesen Herausforderungen zu begegnen. Und beides hat quasi erst mal kulminiert. 2016 gab es in den USA also die sogenannte Russiagate-Affäre, dass also russische Geheimdienste wohl versucht haben, in gewisser Weise den Wahlkampf zu beeinflussen. Es ist unklar, wie umfangreich das eben war. Aber das hat für große Aufregung gesorgt. Und dann wurde ja auch Trump eben zum Präsidenten gewählt. Und diese Ereignisse haben halt quasi bei den liberalen Eliten so ein Gefühl der Bedrohung ausgelöst, wo sie das Gefühl hatten, dass ihnen quasi die Kontrolle über die öffentliche Meinung entgleitet. Und dass sie eben versucht haben, diese Hoheit zurückzugewinnen. Und eine der Maßnahmen war eben, dass solche Faktenchecker-Organisationen jetzt sehr, sehr stark gepusht wurden. Und dass sowohl die Regierungen als auch so große Stiftungen von reichen Milliardären quasi sehr viel Geld haben fließen lassen, um solche Organisationen zu stärken. Und damit quasi Einfluss zu nehmen auf die öffentliche Meinung. Also es ist auch so, dass zum Beispiel Correctiv in dieser Zeit eben gegründet wurde und dass da mittlerweile der größte Geldgeber die Luminate-Stiftung ist. Das ist eine Stiftung, die vom eBay-Gründer Pierre Omidat, das ist ein Franzose, eben gegründet wurde. Und die eben Geld in verschiedene Projekte fließen lässt, die sozusagen die liberale Demokratie verteidigen sollen quasi. Und da bekommt eben auch Correctiv sehr viel Geld her, allerdings auch durch staatliche Zuwendungen vom deutschen Staat. Und teilweise übernehmen diese Initiativen dann neben diesen Faktenchecker-Aufgaben auch investigativen Journalismus, dass sie also bestimmte Sachen recherchieren und aufdecken, wie zum Beispiel jetzt auch diese Sache mit diesem Treffen von AfDlern in Potsdam, was eben dann so eine große Empörung ausgelöst hat. Und dass damit auch teilweise Journalisten halt eine neue Erwerbsquelle kriegen, die halt jetzt aufgrund der Krise der klassischen Medien da halt sozusagen arbeitslos geworden sind. Genau. Und ja, das ist sozusagen die Entstehungsgeschichte dieses Genres. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was ich denn jetzt daran problematisch finde. Und das sind so fünf Punkte. Der erste wäre verschleierte Parteilichkeit. Also es ist ja so, dass sich zum Beispiel Correctiv auf seiner Homepage als gemeinwohlorientierter Journalismus bezeichnet, dass sie sagen, sie machen Recherchen für die Gesellschaft und sie seien frei von politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Also sie machen das einfach für die Menschen quasi. Und in Wahrheit ist es aber natürlich so, dass da doch eine Parteilichkeit besteht im Sinne der Geldgeber letztendlich einfach. Und man darf sich das dann aber nicht ganz unmittelbar vorstellen, dass die jetzt da irgendwie zum Beispiel Lobbyarbeit für Ebay machen oder sowas, sondern dass es eher in einem allgemeineren Sinne gemeint, dass sie also quasi die Weltsicht der liberalen Eliten, die jetzt sowohl dieser Ebay-Gründer umfasst als auch jetzt die Bundesregierung zum Beispiel, dass sie das eben versuchen, auf bestimmte Arten zu pushen. Und das wird zum Beispiel auch deutlich bei der Themenauswahl. Also das wäre mein zweiter Punkt, den ich problematisch finde, ist eben eine einseitige Themenauswahl. Dass sie also meistens, wenn sie jetzt eben irgendwelche Sachen überprüfen, ob die denn jetzt mit den Fakten übereinstimmen, dass das halt dann meistens sozusagen die Gegner der liberalen Eliten sind. Also dass zum Beispiel überprüft wird, wenn Putin irgendwelche Aussagen macht über Nazis in der Ukraine und dass man die Ukraine jetzt entnazifizieren müsste, dass dann halt das unter die Lupe genommen wird und geguckt wird, ja wie viel Einfluss haben die Nazis denn wirklich in der Ukraine und stimmt das denn, dass man das jetzt entnazifizieren muss oder was. Aber es werden jetzt natürlich nicht irgendwie Aussagen von irgendwelchen NATO-Generälen zum Beispiel auf die Stichhaltigkeit untersucht. Genauso, ja. Oder zum Beispiel von Olaf Scholz jetzt. Gibt es wahrscheinlich auch keinen Faktencheck zu seiner Steueraffäre da? Zum Beispiel, genau. Also sowas findet man relativ selten. Also es gibt auch vereinzelt, dass dann auch mal Korruption in Deutschland irgendwie angesprochen wird. Also ich glaube im Zuge der Corona-Krise und irgendwelche Masken-Deals, dass da jetzt Unternehmen sich da bereichert haben und so weiter, das wurde dann auch mal thematisiert. Aber im Grunde ist es eben schon so, dass jetzt so die eigenen Eliten da eher nicht kritisch unter die Lupe genommen werden. Also auch bei Corona war es dann so, dass halt die Maßnahmenkritiker vor allem quasi kritisch beäugt wurden, aber jetzt nicht Aussagen von Trosten oder vom RKI oder dass jetzt halt eher jetzt AfD-Politiker Faktenchecks zu denen gemacht werden und eben nicht zur Bundesregierung zum Beispiel. Teilweise gibt es dann ja auch so Hintergrundrecherchen bei Korrektiv, die dann so über reines Faktenchecking hinausgehen. Und da ist ein sehr beliebtes Thema zum Beispiel russische Desinformationskampagnen. Also das kommt immer wieder. Und da gab es jetzt zum Beispiel gerade einen längeren Artikel, wo also die sogenannte Doppelgänger-Kampagne untersucht wurde. Also das geht darum, dass der russische Geheimdienst offensichtlich Fake-Websites erstellt hat, vom Spiegel zum Beispiel oder von irgendwelchen anderen westlichen Medien und da irgendwelche Inhalte eben reingemacht hat, die jetzt zum Beispiel die Ukraine schlecht dastehen lassen sollten. Und dann eben durch Fake-Accounts in den sozialen Medien wurden halt Links auf diese Seiten gemacht. Und das sieht erstmal aus wie eine Spiegelseite und man liest das dann, aber in Wirklichkeit ist das eben ein Fake. Und das wurde eben dann von Korrektiv ausführlich dargestellt. Und es wurde in dem Fall sogar auch die deutsche Regierung mal kritisiert, nämlich dass sie dem nicht genügend nachgeht und nicht genügend versucht, sowas zu verhindern oder was. Und ich meine, ich bin jetzt natürlich auch kein Freund der musischen Regierung und das ist auch ganz okay, dass sie das eben untersuchen. Aber man fragt sich dann halt, warum werden westliche Geheimdienste da nicht auch genauer unter die Lupe genommen? Sowas passiert halt in der Regel nicht. Also es ist beispielsweise so, dass es in diesem Frühjahr herauskam, dass die israelische Regierung eine massive Desinformationskampagne in den sozialen Medien eben lanciert hat. Und das ging aus vom israelischen Ministerium für Diaspora-Affären und wurde zusammen mit einer privaten Firma eben gemacht. Und das Ziel war eben, linke und linksliberale junge Leute in den USA und in Kanada eben von pro-palästinensischen Positionen abzubringen und irgendwie mehr in eine pro-israelische Richtung zu lenken. Also man weiß das ja, dass es gerade in den USA, in den Unis auch eine breite pro-palästinensische Solidaritätsbewegung gibt. Und dem wollten die halt was entgegensetzen. Und im Fokus waren auch insbesondere schwarze Abgeordnete der Demokraten, also die man auch gezielt beeinflussen wollte, um ihr Abstimmungsverhalten da zu ändern. Und die Methoden waren eben, dass also Fake-Nachrichtenseiten lanciert wurden, dass es also Fake-Social-Media-Accounts gab, die also da hinlenken sollten auf diese Seiten. Und die Inhalte waren dann einerseits antipalästinensische Propaganda, andererseits aber auch einfach antimuslimische oder gegen Migranten gerichtete Inhalte. Und es gab dabei, was jetzt hier im Übertage-Podcast natürlich auch interessant ist, sogar eine Fake-anarchistische Seite, die dann gemacht wurde, um zum Beispiel Linke davon abzubringen, einen palästinensischen Staat zu unterstützen. Und es wurde dann unter anderem argumentiert, dass ja also Staaten generell man-made structures, also von Menschen gemachte Strukturen seien und dass man sowas nicht unterstützen soll. Und ich meine, abgesehen davon, dass ich es ein blödes Argument finde, weil ja also auch Arbeiterräte oder irgendwelche Kommunen wären ja auch man-made structures. Und das ist jetzt kein Argument, warum man das ablehnen sollte. Aber trotzdem ist es irgendwie krass, also was für Methoden da also angewendet wurden. Und man sieht da im Grunde, dass da westliche Geheimnisse genau dasselbe machen, was man eben den russischen Geheimdiensten auch vorwirft. Und das wird aber halt in der Regel von diesen Faktencheckern nicht untersucht. Ich meine, in dem Fall muss man zur Ehrenrettung sagen, dass also diese ganze Affäre, die ich jetzt gerade dargestellt habe, wurde von der israelischen Faktchecking-Seite aufgedeckt. Also das Fake Reporter heißen die. Und die haben auch gesagt, dass sie normalerweise eher irgendwelche Fake News von zum Beispiel russischen oder iranischen Quellen quasi richtigstellen. Aber dass ihnen das jetzt wichtig war, dass sie auch ihre eigene Regierung da kritisieren wollen und dass sie der Meinung sind, dass solche Methoden antidemokratisch sind. Und dass es letztendlich den israelischen Interessen auch schadet. Und also das, finde ich, ist eigentlich auch eine gute Sache und so, wie man sich bürgerlichen, kritischen Journalismus auch vorstellt. Aber es ist eben die absolute Ausnahme. Also ich habe nie was gefunden von Korrektiv oder vom Faktenfinder, die sich halt mit der Rolle des deutschen Geheimdienstes zum Beispiel befassen oder des amerikanischen oder sowas. Wäre aber jetzt trotzdem dann eine wichtige Unterscheidung, die man festhalten kann, dass es halt dann in Russland oder so gibt es dann halt diese Ausnahmen nicht. Also wenn da halt dann irgendwann so eine Ausnahme von irgendwelchen Journalisten passiert, ja, dann machen die halt einmal diese Ausnahme wahrscheinlich. Das stimmt wahrscheinlich. Also diese Fake Reporter, den gibt es nach wie vor. Also der wurde jetzt von der israelischen Regierung nicht sofort irgendwie abgeschaltet oder so, was ja hätte in Russland wahrscheinlich dann passiert wäre. Also das stimmt, das ist ein Unterschied. Aber nichtsdestotrotz ist diese Einseitigkeit der Auswahl der Ziele, was man jetzt fakt checkt und was nicht, also glaube ich schon sehr eindeutig. Und dann wäre mein nächster Punkt, dass man ja jetzt sagen könnte, okay, wenn jetzt die Themenauswahl schon ein bisschen einseitig ist, dann sind dann wenigstens die behandelten Themen halt vernünftig abgehandelt. Und da würde ich eben sagen, jein. Also mein nächster Punkt, den habe ich mal Missing the Point genannt, weil mir jetzt nichts Besseres eingefallen ist, also dass ich das Gefühl habe, wenn die Faktenchecker jetzt reine, wenn es wirklich nur um reine Fakten geht, also zum Beispiel um manipuliertes Bild, also das ist auch häufig, dass in den sozialen Medien halt irgendein Bild da auftaucht. Und wenn sie das dann richtigstellen, durch Rückwärtsrecherche kann man das Bild dann ja irgendwie auf den Ursprung zurückverfolgen und das dann einfach richtigstellen. Die Sachen sind dann meistens okay. Also es gab jetzt zum Beispiel bei diesem Anschlag auf Trump solche Sachen in den sozialen Medien, dass behauptet wurde, dass da irgendein Typ aus der Ukraine dahinter steckt und dass man angeblich seinen Ausweis, also bei dem erschossenen Terroristen oder Angreifer dann gefunden hätte. Und dann haben die also aber festgestellt, dass das Bild auf diesem Ausweis irgendein amerikanischer Comedian sei, der auch, über den man schon öfters behauptet hat, dass er irgendwelche Anschläge fabriziert hätte oder sowas. Und also man sieht auch, dass dieser Ausweis einfach von der Internetseite vom ukrainischen Innenministerium, glaube ich, entnommen wurde und die Ausweisnummer ist auch 0000. Also deswegen, wenn man es genauer anschaut, kann man relativ schnell feststellen, dass es einfach ein Fake ist. Und sowas ist in der Regel okay. Aber wenn es dann darum geht, halt so irgendwas in ein bisschen größeren Kontext einzuordnen, dann merkt man schon, dass sie halt in dem, was sie sagen, dann doch an der eigentlichen Sache halt oft vorbeigehen. Also da ein Beispiel, das liegt jetzt schon ein bisschen länger zurück, aber damit hatte ich mich mal intensiver beschäftigt. Also es gab während der Corona-Pandemie, relativ am Anfang, ein Video von Ken Jebsen mit dem Titel Gates kapert Deutschland und das war relativ viral gegangen, hat also in kurzer Zeit vier Millionen Klicks bekommen. Und deswegen haben sich halt auch die Faktenchecker, wie zum Beispiel korrektiv bemüßigt gefühlt, da was dagegen zu machen quasi. Und die Hauptthese von Ken Jebsen ist in dem Video eigentlich, dass halt quasi die Bill-and-Melinda-Gates-Foundation letztendlich bestimmt hat, was während dieser Pandemie passiert ist und welche Maßnahmen da ergriffen wurden. Und dass quasi sieben Milliarden Menschen da von den Befehlen von der Bill-and-Melinda-Gates-Stiftung abgehangen hätten. Und die hätten sich eingeheckt in alle Regierungen und so weiter. Und natürlich ist das in dieser Form eine verrückte Verschwörungstheorie. Und das wurde dann von Korrektiv zum Beispiel halt untersucht. Und da wurde dann unter anderem festgestellt, dass Ken Jebsen da eine falsche Zahl verwendet hat. Also er hat nämlich behauptet, dass 80 Prozent, die WHO zu 80 Prozent von der Bill-and-Melinda-Gates-Foundation finanziert wird. Und das ist falsch. Also der hat einfach eine Zahl verwechselt. Also es ist so, dass 80 Prozent mittlerweile die WHO durch freiwillige Spenden finanziert wird. Also es war früher so, dass hauptsächlich die Staaten da ihre Mitgliedsbeiträge gezahlt haben. Also WHO ist ja eine UN-Organisation, die eigentlich von den Mitgliedsstaaten finanziert werden soll. Aber weil die da immer knausriger geworden sind und weniger Geld gegeben haben, musste halt ein Großteil des Budgets mittlerweile durch freiwillige Spenden bestritten werden. Und aber die werden jetzt nicht komplett von Bill und Melinda Gates bezahlt. Es ist in Wirklichkeit eher so, dass also 2021 zum Beispiel also 10 Prozent durch die Gates Foundation finanziert wurde und noch 5 Prozent durch die Gavi. Das ist so eine Impfallianz, die aber auch von der Gates Foundation abhängig ist. Und deswegen kann man sagen, insgesamt ungefähr 15 Prozent. Das ist natürlich was anderes als 80 Prozent. Und es war aber so, dass jetzt in diesem Faktencheck die Sache damit erledigt war. Sie haben einfach gesagt, ja, okay, die Zahl ist falsch. Und dann braucht man sich mit dieser ganzen Sache Gates Foundation und Zusammenhang Corona-Pandemie und so weiter auch nicht weiter beschäftigen. Und das ist halt, denke ich, zu kurz gegriffen, weil es eben schon so ist, dass diese Gates Foundation natürlich einen großen Einfluss hat als einer der größten Geldgeber auf die WHO. Und dass sie durchaus auch in der Art und Weise, wie mit der Corona-Pandemie umgegangen sind, da schon auch Einfluss genommen haben im Sinne ihrer, ja, auch mit ihnen verbündeten Pharmakonzerne und so weiter. Und dass sie zum Beispiel eine große Rolle dabei gespielt haben, dass eben, es ja die Forderung gab während der Pandemie, dass man diese Patente auf die Impfstoffe freigibt und dass eben auch ärmere Staaten das danach produzieren können und damit jeder sich halt diese Impfung leisten kann. Und das haben sie tatsächlich erfolgreich verhindert im Sinne der Pharmakonzerne, die natürlich da weiter ihren Profit machen wollen. Und deswegen, denke ich, ist es durchaus richtig, halt das Wirken von solchen, ja, privaten Großstiftungen kritisch unter die Lupe zu nehmen. Aber das wurde damit quasi so unterbunden, mehr oder weniger. Ich finde, das drückt ja auch schon einen zentralen Punkt aus. Also diese Neutralität, die halt ausgestrahlt werden soll von diesen Faktenchecks, wo man halt eben im Prinzip ja sagt, wir sind halt hier dieses neutrale Korrektiv, was das halt so ganz politisch neutral beurteilt und dann halt eben, ja, die Sachen halt klarstellt. Und das finde ich halt auf der einen Seite, das Perfilen, das hast du ja auch als Kritikpunkt angesprochen, aber das will ich nochmal hervorheben, dass ich, dass ich das, dass das ja auch, ja, wirklich ist, was ist, was man halt, was auch immer wieder im Diskurs halt steht. Und auf der anderen Seite, dass es dann halt ganz konkret diese, ja, diese nicht, diese Kurzsichtigkeit dann auf bestimmte Themen halt liefert, ne, dass es dann halt eben nicht umfangreich behandelt wird, dass man, dass das halt eben einfach dann abgewatscht wird und dann halt den wahren Kern, der halt dann trotzdem oftmals ja in diesen Verschwörungstheorien dann halt mit drin steckt, halt nicht mehr behandelt. Und da finde ich halt, ich meine, klar, wir, wir zum Beispiel jetzt mit Übertago oder so oder auch andere revolutionäre Medienprojekte probieren natürlich auch immer so möglichst nah an der Wahrheit zu sprechen und zu handeln und so. Aber wir sagen ja auch offen, dass wir das Ganze halt aus einer klaren politischen Agenda halt heraus machen. Das verbergen wir ja nicht. Und das ist halt eben so das Ding, dass man könnte halt sehr viel aus deren Sicht halt da auch Kritik aus den Segel nehmen, wenn die einfach offen damit umgehen würden. Ja, wir vertreten halt und sprechen aus der Sicht des bürgerlichen Staates und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder was. Genau, also oft sind das letztendlich verkappte Meinungsartikel. Also wenn die einfach schreiben würden, das ist ein Meinungsartikel und wir haben da eben die und die Meinung dazu und die begründet sich auch mit bestimmten Fakten und so weiter, dann wäre das transparent und dann könnte man da auch nicht viel dagegen sagen. Dann wäre das eben die Meinung aus Sicht eben einer ganz bestimmten politischen Position. Aber den Anspruch haben sie halt nicht, sondern sie tragen das so vor sich her, dass sie einfach die objektive Wahrheit darstellen und dass sie einfach nur Fakten liefern. Also ein weiteres Beispiel, was ich auch noch interessant fand aus diesem Faktencheck von Ken Jebsen, war, dass er eben, Ken Jebsen wiederum behauptet hat, es seien bei einer Demonstration in Berlin Leute festgenommen worden, weil sie das Grundgesetz vor sich getragen haben. Also es war ja damals auch so eine Sache, dass die also bei diesen Corona-Demos halt das Grundgesetz verteidigen wollten und so weiter und dann oft diese Grundgesetze auch dabei hatten und geschwenkt haben. Und dann seien Leute festgenommen worden, weil sie das Grundgesetz getragen haben. Dann wurde natürlich von Ken Jebsen gesagt, wie absurd, dass eben der deutsche Staat seine eigene Grundlage eben kriminalisiert quasi. Und korrektiv hat er nachgefragt bei der Berliner Polizei und die haben dann gesagt, nein, nein, wir haben jetzt niemanden wegen Schwenken des Grundgesetzes festgenommen, sondern wir haben Leute festgenommen, weil sie auf einer nicht genehmigten Versammlung waren. Und vielleicht haben die dabei auch ein Grundgesetz gehabt, aber das war jetzt nicht unser Punkt quasi. Und dann wird natürlich auch von Korrektivhüter gesagt, ja, was für ein Quatsch. Und der erzählt doch da irgendwie Lügen. Und aber auch da ist wieder, würde ich sagen, ja, der eigentliche Punkt, um den das also ja auch ging, ist letztendlich die Frage der Einschränkung von Grundrechten während der Pandemie. Und das ist ja ein Thema, wo man sich durchaus drüber unterhalten sollte, inwiefern war das angemessen oder nicht. Und aber dieses ganze Thema kann man damit auch einfach umschiffen oder abschneiden, indem man da halt darauf herumhackt, dass, ja, Ken Jebsen in dem Fall halt eine Falschaussage dann an einem Detail eben gemacht hat. Jetzt kam gerade eine Polizeisquelle. Ja, das stimmt. Okay, also das ist dieses, was ich mit Missing the Point eben gemeint habe, dass also quasi die Art und Weise der Behandlung dann oft also sozusagen Dinge, die letztendlich schon bedenkenswert sind in solchen insgesamt fragwürdigen und verschwörungstheoretischen Aussagen halt unter den Tisch fallen. Ein anderer Punkt wäre die Einengung des Meinungshorizonts. Das ist ja quasi generell ein Problem der liberalen Öffentlichkeit, also dass immer mehr abweichende Meinungen einfach als gar nicht mehr diskussionswürdig abgetan werden. Und dazu tragen diese Faktenchecker eben auch bei. Also vor allem auch mit so einer inflationären Ausweitung des Verschwörungstheoriebegriffs. Und auf den Punkt gebracht hat das also meiner Ansicht nach unfreiwillig ein Faktencheck des Faktenfuchs. Das ist eben dieser vom Bayerischen Rundfunk. Und da ging es um Great Reset. Deswegen hat mich das damals eben interessiert, als ich mich damit befasst habe. Und da wurde dann ein Experte eingeladen. Der hieß Uwe Juhn und ist ein Politikwissenschaftler. Und der hat eben gesagt, dass an diesen Verschwörungstheorien zum Great Reset sei also problematisch, dass da behauptet wird, dass die Eliten bereits im Vorfeld von Wahlen bestimmte Entscheidungen getroffen hätten. Und dass letztendlich dann die Wahlen gar nicht wirklich den Volkswillen ausdrücken, sondern dass da im Hintergrund schon bestimmte Eliten gibt, die halt schon ganz bestimmte Sachen vorentschieden haben. Und dass sowas zu behaupten, sei ja quasi eine Unterminierung der Demokratie und sei deswegen gefährlich. Und ich meine, wenn man das ernst nimmt, dann ist quasi jegliche Parlamentarismuskritik eine Verschwörungstheorie, weil man dann gar nicht mehr behaupten darf, dass irgendwie vielleicht diese Idee der Volkssouveränität eben nicht mit der Realität übereinstimmt. Also es ist einfach gesetzt, dass Wahlen den Willen des Volkes ausdrücken. Und wenn irgendwie man den Verdacht äußert, dass der Staat vielleicht doch nicht so handelt, wie das Volk das will oder wie es im Interesse des Volkes ist, dann ist es eine Verschwörungstheorie. Und damit, finde ich, hat er also quasi diese Funktion auch ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es also da bei den Faktenchecks nicht einfach nur darum geht, wirre und verrückte Verschwörungstheorien zu kontern mit vernünftigen Argumenten, sondern dass es letztendlich ein staatstragendes Unternehmen ist, was halt bestimmte kritische Positionen unterbinden möchte. Okay, dann, und also das wäre eben das eine, dass eben auf so einer ideologischen Ebene der Meinungshorizont eingeschränkt wird. Und das andere ist aber auch durch ganz konkrete Zensur. Also das einfach dadurch, dass jetzt in den sozialen Medien halt auch vermehrt solche Faktenchecks gemacht werden, dann werden da entweder Warnhinweise bei bestimmten Aussagen platziert oder die Algorithmen werden so heruntergestuft, dass eben bestimmte Sachen nicht mehr so viel erscheinen. Oder es werden auch Sachen einfach komplett gelöscht. Oder sowas wie Russia Today, hast du ja auch schon angesprochen, kann man einfach nicht mehr empfangen. Und ja, das heißt, es wird, also diese Faktenchecker werden auch herangezogen, um quasi Zensur auszuüben. Und das Ganze, das wäre mein fünfter Punkt, geht auch einher mit einem veränderten Selbstbild der Journalisten, die daran beteiligt sind. Da fand ich einen Artikel von Lukas Graves, heißt der ganz interessant, der sich also mit Faktencheckern eben befasst. Der ist so ein, glaube ich, Professor für Journalismus oder sowas in den USA. Und der hat einen Aufsatz geschrieben mit dem Überschrift von Public Reason zu Public Health. Also dass er eben sagt, dass es bisher das Selbstverständnis von Journalisten eigentlich war, dass sie Public Reason, also sowas wie eine öffentliche Vernunftinstanz darstellen, die einfach bestimmte Themen vernünftig aufbereitet und einem mündigen Bürger zur Verfügung stellt. Und der kann dann mit den Informationen machen, was er möchte. Und dass sich aber quasi das zu ändern beginnt. Und dass man also den Bürger eben eher nicht als einen mündigen, selbstbestimmten Menschen sieht, sondern als jemand, der also quasi ein Überträger, potenzieller Überträger von Fake News ist und den man quasi zum einen schützen muss vor bestimmten Informationen, mit denen er nicht umgehen kann und andererseits auch verhindern muss, dass er jetzt quasi diese falschen Informationen auch noch weiterträgt. Und dass es also bisher so war, dass man halt sich als Journalist eigentlich gefreut hat, wenn die eigenen Inhalte irgendwie sich sehr verbreiten in der Öffentlichkeit und dass aber diese Faktenchecker sich oft eher freuen, wenn die Sachen, auf die sie hinweisen, eben nicht verbreitet werden, sondern gelöscht werden oder irgendwie halt verschwinden. Und es gibt auch einen Begriff dafür, Democratic Silence. Also dass gesagt wird, es sei oft besser, wenn man über Dinge schweigt oder Dinge quasi möglichst, denen keine Publizität gibt. Also nicht so viel über QR-Nen zum Beispiel berichten oder sowas, damit das nicht noch mehr publik wird. Und dass also das Ganze quasi letztendlich auch so ein Menschenbild ja beinhaltet, dass der einzelne Bürger eben kein selbstbestimmter Mensch mehr ist, der selber entscheiden kann, was er mit bestimmten Informationen anfängt, sondern letztendlich so ein dummes Schaf, was irgendwie behütet werden muss oder sowas. Und dass da also quasi unter dem eigentlich, ja, der Idee, die Demokratie zu schützen, ein sehr undemokratisches Menschenbild, wenn man so will, kultiviert wird. Ja, das wäre also der fünfte Punkt. Dann komme ich zum Fazit. Also was fangen wir jetzt an quasi mit diesen Faktenchecks? Und ich denke, dass sie also zur Einordnung von einzelnen Aussagen durchaus sinnvoll sein können, mehr zu einzelnen Behauptungen oder sowas. Also so wie jetzt auch ein Wikipedia-Artikel sicher nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber wenn man sich überhaupt erst mal so orientieren will, kann das also schon sinnvoll sein. Aber man soll sich halt dessen bewusst sein, dass sie eben auch eine ideologische Funktion als Wächter sozusagen der westlich-liberalen Ordnung erfüllen. Und das sollte man zur Kenntnis nehmen und dem Hinterkopf haben und sich deswegen durchaus Faktenchecks anschauen, wenn man das möchte. Aber sie halt kritisch betrachten, so wie alle anderen Quellen letztendlich auch. Und ich denke, dass es generell am besten ist, wenn man sich zu einem Thema aus möglichst unterschiedlichen Quellen informiert, also sowohl die Mainstream-Presse als auch irgendwelche linken Aussagen, als auch von den Rechten meinetwegen oder auch international, dass man mal guckt, was die Asia Times zum Beispiel dazu schreibt. Das ist eine englischsprachige Seite, die jetzt aus der chinesischen Sicht bestimmte Dinge betrachtet. Das finde ich auch ab und zu ganz interessant. Genau. Und deswegen kann man in dem Sinne auch sich mit Faktenchecks auseinandersetzen. Okay, soweit mein Input. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass so dieser Grad zwischen Faktenchecken und man ist so ein bisschen so ein Richter über bestimmte Inhalte auch und verurteilt dann einfach bestimmte Positionen letztendlich, der ist ja sehr nah beieinander. Das haben wir ja auch jetzt gesehen im Kontext von der ganzen Berichterstattung über den Krieg in Gaza, dass da ja halt auch oft dann einfach bestimmte Parolen als per se antisemitisch und sowas behandelt werden. Und ja, aber ich würde halt schon sagen, dass es dann halt oftmals nicht so eindeutig ist und man halt schon darüber reden kann. Und wenn man das dann halt so, ja, dann darüber so das Damoklesschwert, dieses Faktenchecks halt letztendlich halt hebt, dann ist es halt sehr schwer, das halt noch dann anders zu argumentieren, sag ich mal. Also ja, ich finde oft, gerade wenn da so sogenannte Expertinnen oder Experten zitiert werden, dann, die sollen dann ja auch quasi so eine Autoritätsfunktion erfüllen und die sind dann aber oft besonders ideologisch von dem, was sie da so erzählen. Und ja, irgendein Beispiel hatte ich da gerade noch im Kopf, was ich interessiere. Ach so, genau. Das war also jetzt auch vor kurzem erst. Da hat wohl eine, die offizielle Seite von, ich glaube, es war Heidelberg oder irgendeine Stadt in Süddeutschland, da konnte man lesen, dass die nächste Bundestagswahl wahrscheinlich, glaube ich, im September 2025 stattfinden wird. Es sei denn, sie wird aufgrund eines Kriegszustands verschoben. Und daraus haben natürlich also viele Leute in Social Media dann gesagt, ja, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Bundesregierung halt letztendlich schon damit rechnet, dass wir halt jetzt in einen wirklich heißen Krieg mit Russland hineingezogen werden und die kalkulieren das quasi schon ein und geben darauf einen Hinweis. Und ich meine, das stimmt natürlich, das ist eine sehr merkwürdige Sache, dass da so geschrieben wird. Und der Faktencheck deckt dann halt auf, dass ja in Wirklichkeit das schon längst vor dem Ukraine-Krieg eben genau diese Formulierung da war. Und die haben wohl einen Relaunch von ihrem Internetauftritt gemacht und da wollte offensichtlich jemand ganz besonders korrekt das eben ausdrücken. Und es ist tatsächlich so, dass es halt nur sehr wenige Gründe gibt, eine Bundestagswahl zu verschieben. Aber eine wäre eben, dass es einen Kriegszustand gibt. Und er wollte das halt sehr korrekt darstellen. Und deswegen steht das da so. Aber weil damals noch überhaupt kein Ukraine-Krieg geherrscht hat, kann da auch kein Zusammenhang sein. Und das, finde ich, hat der Faktencheck da auch überzeugend dargelegt. Aber dann wurde halt auch wieder so ein Experte zitiert. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war. Aber der hat dann halt gemeint, ja, dass eben das Schüren von Kriegsangst generell eben letztendlich russischen Interessen dienen würde, weil also behauptet wird, dass wir, wenn wir Waffen liefern an die Ukraine, dann halt sozusagen da unberechtigterweise eine Kriegsangst geschürt werden würde und dass das eben dafür ein Beispiel sei. Das steht auch in dem Faktencheck drin. Das steht in dem Faktencheck drin. Und das finde ich halt ziemlich krass, weil diese Kriegsangst ist ja real. Also es ist ja tatsächlich so, dass wenn man jetzt halt ständig ein Land aufrüstet und dann auch erlaubt, dass dieses Land diese Waffen verwendet, um Russland selbst anzugreifen und so weiter, dass man da objektiv eine Kriegsgefahr erhöht, ganz unabhängig davon, was man jetzt sonst von diesen Waffenlieferungen hält, ist ja ziemlich auf der Hand liegend. Und das wurde halt verknüpft dann auch wieder mit so einem offensichtlichen Unsinn, wo jetzt halt eine etwas seltsame Formulierung auf einer offiziellen Homepage, für die es aber auch eine sehr plausible Erklärung gibt, dann halt hergenommen wird, um da irgendwas zu fabulieren, wird halt dazu genutzt, um generell eben Kritik an westlichen Waffenlieferungen, an die Ukraine zu denunzieren. Und da, finde ich, zeigt sich halt dieser Zusammenspiel von Ideologie und tatsächliche Faktenrichtigstellung sehr, sehr deutlich. Aber das ist auch irgendwie, finde ich, absurd. Also innerhalb dieser Logik von diesen Faktenchecks muss denen das doch eigentlich bewusst sein, dass sie sich dadurch dann total angreifbar machen und dadurch auch sich selbst so ein bisschen entkräften. Weil wenn ich jetzt halt verbinde meinen Faktencheck, der dann richtig ist, mit halt im Prinzip einer weitergehenden Deutung und einer weitergehenden Position zu dem Thema, was gerade behandelt wird, was jetzt halt meine Meinung als Journalist ist, den ich da einfach noch so reinschreibe, dann stellt das ja im Prinzip schon wieder das ganze Konzept in Frage, wenn man es jetzt genau nimmt. Und das ist ja eine Angriffsfläche für dann halt, also dieses Grundkonzept, diesen Grundgedanken, und das ist ja eine Angriffsfläche dann für Leute, die man halt auch entkräften möchte. Ja, das stimmt. Also es wird ja von, es ist ja jetzt nicht nur ich, der das sagt, dass halt Faktenchecks letztendlich so eine Wächterfunktion für die liberalen Eliten erfüllen, das sagen die Rechten ja teilweise schon auch. Also die merken das ja auch und das stimmt natürlich auch, dass das letztendlich, dass sie sich damit selber auch irgendwie schaden. Aber können wir jetzt nicht quasi ihnen Vorschläge machen, wie sie das besser machen sollen. Es sei denn, wobei es wäre natürlich tatsächlich wahrscheinlich für alle Beteiligten besser, wenn sie einfach sagen würden, wir schreiben halt Meinungsjournalismus oder sowas. Ich meine, in gewisser Weise macht das ja korrektiv sogar, dass sie halt sagen, sie machen parteilichen Journalismus. Also das sagen sie dann schon. Sie machen generell parteilichen Journalismus für die Demokratie und für, was weiß ich, die westlichen, nee, die westlichen Werte sagen sie so nicht, aber für irgendwie demokratischen Werte, das vielleicht schon. Also das machen sie dann schon, aber sie trotzdem sind diese Artikel auf zumindest der Faktenchecker-Rubrik, die kommen ja als Faktenchecks daher. Und ich denke, dass es halt generell das Problem ist, überhaupt davon auszugehen, als gäbe es sowas wie Fakten, die unabhängig von irgendeiner Interpretation oder Weltanschauung oder sowas sind. Das gibt es ja in dem Sinne nicht. Also jede Aussage, auch wenn die jetzt anscheinend noch so neutral ist, ist ja schon aufgeladen mit irgendwelchen Bedeutungen oder sowas. Ja, da würde ich vielleicht auch nicht ganz mit gehen. Also ich glaube, es gibt schon so einfach Wahrheiten, sag ich jetzt mal, die halt universell feststehen. Also ich sage jetzt mal, ist ja auch jetzt absurd, das ist halt ein Apfel, das ist halt ein Apfel und keine Birne. Ja, daran sieht man es ja, dass es halt sowas schon gibt, so universelle Sachen, auf die sich die Menschen irgendwie geeinigt haben. So wie es halt zum Beispiel, worauf sich halt auch die Menschen geeinigt haben, weil es halt wissenschaftlich belegt ist, dass wir halt auf einer Erde leben, die eine Kugel ist, ja. Und es gibt ja trotzdem Leute, die dann halt im Prinzip sagen, ja, es ist halt eine Scheibe. Und dann kann man einfach sagen, nee, das ist halt einfach eine Unwahrheit und das ist halt Fakt, dass wir halt in einer Kugel leben. Das kann man halt so und so belegen. So da würde ich jetzt halt schon sagen, ne, das kann man halt so sagen. Und genauso wie jetzt auch geschichtliche Ereignisse, wenn man jetzt, ich finde es halt ein gutes Beispiel, an den Holocaust denkt oder so, da würde man ja auch nicht sagen, okay, wenn man das jetzt halt dann einfach feststellt, okay, es gab den halt, dann ist das direkt mit einer politischen Färbung oder so. Würde man ja auch nicht machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich denke halt, dass tatsächlich dieses Feld, dieser wirklich neutralen oder objektiven Fakten halt sehr, sehr schmal ist. Und das, also wenn man darüber anfängt zu reden, man halt sehr schnell in einen Bereich kommt, wo es dann doch um Interpretationen geht. Also man könnte jetzt sagen, es gab irgendwo eine Explosion in irgendeiner Stadt, es ist eine Bombe explodiert zum Beispiel, aber darauf könnte man sich vielleicht als Fakt einigen. Aber ob man jetzt sagt, das war ein Terroranschlag oder das war eine Kriegshandlung oder das war ein, vielleicht auch ein Unfall oder was auch immer, dass, also allein diese Begriffe, die enthalten ja schon so viel an Wertung und an Interpretation und da wird es dann halt schon wieder sehr, sehr kompliziert. Und deswegen, ja, ist einfach, denke ich, letztendlich das schon ein Problem zu behaupten. Man würde einfach nur Fakten darstellen. Ja, damit stimme ich und K-Zor offensichtlich auch überein. Ja, ja, das wollte ich nur nochmal thematisieren. Was anderes, was mir auch noch in den Kopf gekommen ist, da wir jetzt ja gerade, haben wir Discord-Sounds im Stream? Guck mal kurz. Also Discord habe ich auf jeden Fall nicht an. Das muss dann bei dir sein, Cray. Also was wir, was ich auch sehr spannend finde, ist ja, wir haben es gerade schon angesprochen, mit dem Verbot von Washer Today und jetzt vielleicht auch mit dem Verbot vom Compact-Magazin, wo wir auch gleich vielleicht nochmal drüber reden können, weil es ja auch mit dem Thema verwandt ist. Aber vielleicht erst zu Washer Today. Also, dass das jetzt halt so ein russisches Propaganda-Instrument des Staates ist und so, das ist ja klar. Da braucht man sich auch nicht drüber unterhalten. Das ist halt klar. Es ist halt nur tatsächlich auch teilweise sehr spannend gewesen, dann halt, weil du es ja auch gesagt hast, mit wie informiere ich mich, ja? Aus welchen Perspektiven informiere ich mich und dass man dann auch punktuell halt rechte Medien hat, die man halt konsumiert, weil sie halt vielleicht bestimmte Sachen nochmal aufmachen, die man sonst halt nicht hat. Und da fand ich halt beispielsweise, dass halt Washer Today immer mal wieder dann interessant halt über irgendwelche Demonstrationen, die in Deutschland stattgefunden haben, über die jetzt halt hier in den Medien halt nicht so berichtet wurde. Die hatten ja auch immer dann diese Livestreams und so. Die habe ich mir halt immer angeguckt, wo man dann halt sozusagen live mit diesem Report halt dabei war und solchen Sachen. Also, und da sieht man ja so daran, dass unabhängig davon, dass dieses Medium sehr, sehr viel Schaden sicherlich angerichtet hat, auch innerhalb von der Stärkung von so einer politischen Rechten in Deutschland sicherlich einen relevanten Anteil hatte. So, das ist ja keine Frage. Aber trotzdem hatte das ja irgendwie auch darüber hinausgehend so einen Wert von Dingen, die da behandelt wurden, die jetzt halt in den sonstigen Mainstream-Medien, die wir hier haben, halt nicht so passiert sind. Darüber, dass sie halt eben aus dieser russischen Perspektive auch darüber berichtet haben, wo die dann natürlich, wo dann halt vielleicht die Perspektive jeder deutschen Medien auf der Demonstration gegen die eigene Regierung halt eine andere ist. Also, genau das wäre mir jetzt auch eingefallen zum Thema Russia Today. Also, ich habe mir das nicht besonders intensiv eingeschaut, aber was ich halt schon ab und zu angeschaut habe, waren genau diese Livestreams. Die hießen auch manchmal einfach so etwas wie No Comment oder so. Ja, genau. Dass sie einfach nur draufgehalten haben und gezeigt haben, was da passiert auf den Demos, Polizeibrutalität und die Aktionen der Demonstrierenden und so weiter. Und ich glaube, was, also so der Zweck davon war, war oft einfach irgendwie zu zeigen, wie chaotisch und labil doch die Zustände im Westen sind. Also, dass man sieht, irgendwie USA zeigt sich als die große Demokratie und so weiter. In Wirklichkeit geht es da alles drunter und drüber und es liefern sich heftige Kämpfe von bestimmten Bevölkerungsteilen mit der Polizei und so weiter. Oder auch bei den Gelbwesten-Protesten war das halt sehr, sehr interessant. Aber tatsächlich hast du schon recht, das sind halt oft Bilder gewesen, die man halt sonst in den westlichen Medien nicht so gesehen hat. Und da fand ich, hat das schon auch eine Funktion erfüllt. Und deswegen denke ich, ist doch unsere Position eher, dass wir halt tatsächlich auf einen mündigen und kritischen Umgang mit Medien hinarbeiten sollten und deswegen nicht dafür sein sollten, dass irgendwelche Medien verboten werden, sondern dass man halt einfach irgendwie vernünftig damit umgeht. Und dass man natürlich auch aufklären sollte, welche generelle politische Perspektive hat ein Medium, dass man das halt im Hinterkopf hat, wenn man das anschaut. Und eben, ja, also jetzt beim Kompaktmagazin, da beweise ich nicht, ich bin jetzt nicht so traurig darüber, dass das jetzt nicht mehr quasi existiert. Aber trotzdem ist es jetzt auch nichts, was ich jetzt irgendwie fordern oder den Stadt da beglückwünschen würde, dass er jetzt eben solche Aktionen macht. Ja, das ist ja immer diese zwiegespaltene Situation, über die wir ja auch schon vielfach speziell dann im Kontext auch von so Vorgehen gegen rechte Strukturen immer wieder auch hier gesprochen haben, dass das halt für uns halt nicht so eindeutig ist. Also wenn man dann halt sich jetzt ja die Kommentarspalten anguckt, dann klatschen halt 90 Prozent der Linken, klatschen halt im Kreis so und freuen sich halt einfach, dass das halt verboten wird. Und es gibt halt überhaupt kein Verständnis, überhaupt keine Analyse, was sowas halt auch gesellschaftlich verursacht. Weil natürlich ist es erstmal so, dass halt da ein Medium halt abgeschaltet wird, kaputt gemacht wird, was halt so das größte Sprachrohr von den politischen Rechten und auch vielleicht auch von radikaleren Rechten halt in Deutschland war. Ich meine, die hatten ja jetzt, ich glaube, 40.000 Auflage von Zeitungen, während Corona, glaube ich, meine ich 80.000 sogar. Und dann halt der YouTube-Kanal waren halt irgendwie so 350.000 Abonnenten oder so. Und natürlich hat, wenn das dann halt abgeschaltet wird, das halt erstmal einen positiven Effekt, weil die Reichweite für die Rechten und für ihre Gegenöffentlichkeit halt minimiert wird. Aber trotzdem muss man sich dann überlegen, okay, was hat das denn sonst noch für Effekt? Ich meine, es werden halt sehr viele Leute jetzt darauf überhaupt erstmal stoßen. Es geht ja jetzt durch alle Medien halt einmal rundherum durch und dann fragen sich natürlich die Leute, hey, was wurde denn überhaupt verboten? Das kannte ich noch gar nicht. Beschäftigen sich vielleicht damit und denken dann selber, hey, warum wurde das denn verboten? So krasse Sachen haben die doch gar nicht gesagt. Kann ich mir vorstellen, dass viele Leute da drauf so schauen. Und dann ist es ja auch so, dass die Rechte mittlerweile über sehr, sehr viele Medienkanäle verfügt, die dann jetzt halt alle darauf aufspringen, darüber berichten können und das halt für sich dann wieder nutzen können in der Berichterstattung und daran auch wieder wachsen können. Und natürlich führt das auch dazu, dass halt die politischen Rechte sich halt auch nicht ganz so unrecht, als halt mittlerweile, muss man ja sagen, dann auch als so eine verfolgte Opposition halt sieht und darstellt. Das ist natürlich immer auch ein bisschen überzeichnet, aber trotzdem ist da ja auch wieder ein Kern von Wahrheit drin. Ja, und es trifft halt nicht nur die Rechten. Also es ist ja jetzt so, dass gerade im Zuge der Proteste wegen dem Gaza-Krieg, dass ja auch da eine heftige Repression gegen die pro-palästinensische Bewegung eben gab und dass jetzt zum Beispiel dieser Palästina-Kongress in Berlin verboten wurde und da also auch Leute teilweise ihre Jobs verloren haben, dass da Vereine zumachen mussten, weil eben Leute, die da beteiligt waren, bestimmte Social-Media-Posts gemacht haben oder sich an bestimmten Demonstrationen beteiligt haben. Und das ist ja auch alles quasi im gleichen Zuge einer zunehmenden staatlichen Repression und Zensur sozusagen der Öffentlichkeit. Ja. Genau wie du es auch sagst, Iola, was heißt das für linke Medien? Ich meine, der Grund, warum wir das jetzt halt noch nicht so hart zu spüren bekommen, wobei das natürlich auch nicht ganz stimmt, weil ja so viele von jetzt den linken Teilen auch unabhängig davon, was man jetzt von den entsprechenden Ansätzen halten mag, speziell von so einer Palästinens Solidarität, die haben ja enorme Repressionen jetzt auch erhalten. Und das ist ja der Grund, warum uns das jetzt in dem Moment gerade noch nicht so stark trifft, ist ja einfach, weil wir im Vergleich zu den politischen Rechten als Opposition halt bedeutungslos sind oder vergleichsweise bedeutungslos sind. Und der Grund, warum ja jetzt halt die Repression sich halt vor allen Dingen gegen diese politische Rechte richtet, ist ja, weil diese halt den bürgerlichen Parteien und den Kapitalinteressen und so weiter ja auch in gewisser Weise dann gefährlich werden. Weil sie halt entsprechend, es die Möglichkeit gibt, dass sie an die Macht kommen und das dann halt entsprechend halt die Verhältnisse so ändern können, wie das halt jetzt halt die aktuellen Herrschenden und auch viele Kapitalfraktionen, die ja sich klar gegen die AfD positionieren und gegen andere rechte Strömungen, ja, das auf keinen Fall wollen. Weil sie halt eben denken, dass dadurch die Bedingungen für das Kapital halt eben schlechter werden in Deutschland. Und das müssen wir doch sehen, dass uns die Situation doch vor allen Dingen in allererster Linie erst mal zeigt, wie weit halt es her ist mit dieser Meinungsfreiheit in Deutschland. Das ist ja natürlich auch, was die Rechten sagen, aber es ist doch die Realität, dass die Meinungsfreiheit immer bis zu dem Punkt gegeben wird, wo es halt gefährlich erachtet wird für das Bestehende. Und deswegen ist das der einzige Grund, warum gegen uns nicht im gleichen Maße gerade vorgegangen wird, weil wir halt noch in dieser vergleichsweise in bedeutungslosen Lage mit unseren Projekten sind. Und an dem Punkt, wo das jetzt irgendwie an Bedeutung gewinnt, ja, ich meine, auch sowas wie eine Erwähnung vom Übertage im Verfassungsschutzbericht oder so, ist ja am Ende des Tages einfach nur eine Vorbereitung auf genau das. Wenn wir jetzt halt in den nächsten Jahren halt wirklich an Bedeutung gewinnen sollten, ja, dann ist das halt der Beginn gewesen, von, dass wir dann halt auch verboten werden und dann gegen uns vorgegangen wird. Ja, im Grunde könnte man zum Beispiel sagen, wenn es jetzt irgendwann einen Faktencheck gibt, der sich halt eine Übertagefolge vornimmt, dass das ja schon so eine Art Zeichen dafür ist, dass wir halt eine gewisse Relevanz sozusagen erlangt haben und dass es eben diese staatstragenden Medien jetzt vernötigt halten, da mal gegen vorzugehen. Das wäre natürlich auch toll, weil man damit natürlich wieder schön spielen könnte und so weiter. Aber, genau, also deswegen, aber klar, das wäre noch was relativ harmloses, dass es mal so einen Faktencheck gibt, aber jetzt so Verbot und Repression wären natürlich sehr viel gravierendere Sachen, die man aber halt auch immer im Hinterkopf haben muss natürlich. Genau. Ja. Ja, was bewegt euch noch so bei dem Thema? Vom Thema der Faktenchecks. Schreibt es gerne rein. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie du das nochmal aufbereitet hast, weil, wie gesagt, ich jetzt gar nicht so stark auch selber mir diese Faktencheck so gegeben habe. Und du hast es ja auch mal erzählt, du hast ja das auch als Veranstaltung schon mal gemacht und dann halt eben in der Kombination Verschwörungstheorie und Faktenchecks. Und da hattest du ja eine Veranstaltung, das ist ja vielleicht nochmal interessant, dass du ein bisschen davon erzählst, wo es so eine Mischung an Publikum gab, von eher Leuten, die halt potenziell eher in so einem Verschwörungsmilieu zu Hause sind und auf der anderen Seite dann halt eher linksradikale Leute. Genau. Also das war wirklich eine interessante Veranstaltung. Das war in Weiden, in Bayern, eine Kleinstadt und war dort in so einem Kunstverein, der eigentlich eher so eine Art bürgerlicher Veranstaltungsort ist quasi. Und wo dann recht unterschiedliche Leute da waren, unterschiedlichen Alters und aus unterschiedlichen Spektren. Und was ich nicht wusste, war, dass sich viele davon untereinander kannten, aber sich sehr heftig zerstritten haben während der Corona-Pandemie, weil sie da sehr unterschiedliche Einschätzungen von der ganzen Lage eben hatten und jetzt aber da eben wieder zusammengekommen sind an dem Ort. Und es war tatsächlich so, dass ich dann teilweise während des Vortrags auch recht heftig angegangen wurde. Also ich habe da auch jetzt dieses Ken Jebsen-Interview oder Ken Jebsen-Video, was ich da schon erwähnt habe heute, habe ich da auch einen Ausschnitt daraus vorgespielt und dann kommentiert. Und dann wurde ich da teilweise auch unterbrochen von Leuten und recht heftig kritisiert und habe dann aber versucht, das irgendwie ruhig einzuordnen und so weiter. Und dann kam ich dann später auf die Faktenchecks zu sprechen und dann haben jetzt diese Leute, die jetzt eher so aus dem maßnahmenkritischen, teilweise auch verschwörungstheoretischen Milieu gesehen, okay, ich bin jetzt nicht einfach ein Verteidiger der liberalen Öffentlichkeit, sondern sehe das durchaus auch kritisch und das hat sie dann wieder so ein bisschen versöhnt. Und irgendwie hat das dann am Ende dazu geführt, dass quasi im Publikum auch eine ganz angeregte und interessante Diskussion entstanden ist. Durchaus kontrovers, aber so, dass man sich gegenseitig auch dabei respektiert und nicht beschimpft hat oder was. Und eine von den VeranstalterInnen hat dann auch gesagt, dass es fast schon so der Beginn von einer kollektiven Aussöhnung oder Aufarbeitung oder sowas war. Und deswegen, das hat mich dann halt gefreut, weil das also tatsächlich dann offensichtlich dazu beigetragen hat, dass Leute wieder miteinander ins Gespräch kommen, die sich ja also beide gleichermaßen irgendwie oppositionell zum Staat und zu den Verhältnissen fühlen, subjektiv, aber halt trotzdem da jetzt eine Zeit lang einen sehr krassen Bruch hatten. Und wenn tatsächlich meine Veranstaltung da einen kleinen Beitrag geleistet hat, dass da wieder irgendwie diese Gräben überwunden werden und man vernünftig kooperieren kann, dann war das doch sehr erfolgreich eigentlich. Ja, ich finde das einfach eine sehr schöne Geschichte, weil das auch nochmal zeigt, dass ja in gewisser Weise so auch da eine dritte Position, die wir halt dann aufmachen, ja genau auch dann auch innerhalb von der Linken, wo ja dann auch diese Leute, die sich dann halt da eher dann so eine maßnahmenkritische Richtung entwickelt haben, das waren ja dann trotzdem Linke. Und das auch innerhalb von der Linken, das halt dann zu einer Versöhnung und zu einem Wiederzusammenrücken eigentlich auch führen kann, wenn man das halt ernst nimmt und ernst angeht, weil man halt eben ja wieder mehr zulässt von der, auch von dem Meinungshorizont, von auch einer Fehlerkultur, von verschiedenen Positionen und dann halt die nicht einfach ja direkt mit Ausschlüssen behandelt und sonst irgendwas, sondern die halt ernsthaft diskutiert und halt auf den, den Richtigkeitsgehalt dessen halt dann prüft. Und das ist halt auch eben so ein Punkt, wo der, finde ich, wenn man halt über diese ganzen Faktenchecks spricht, dann auch für uns halt nochmal so als Aussage, ja, dass wir auch wieder dahin kommen müssen, uns auch wieder auch streiten zu können, so halt auch das aushalten zu können, dass man unterschiedliche Positionen hat zu Dingen, ja. Und halt dann halt auch mal sagen kann, nee, das geht so nicht, lass uns doch jetzt das halt wirklich klären, was jetzt hier im Raum steht und nicht dann irgendwie da die Angst davor zu haben oder wenn dann was auf den Tisch kommt, direkt sagen, okay, mit dir rede ich halt nicht mehr, weil das geht gar nicht, was du sagst. Ja. Ja, dann von, auf Quay nochmal bezogen auf deinen Punkt, das stimmt natürlich, dass auch die staatliche Repression gegenüber links zugenommen hat und also speziell jetzt im Kontext von dem, wie du es auch schreibst, dann halt konkreter Fälle, also sowohl jetzt halt auch zivilen Ungehorsam als auch, was du ja auch geschrieben hast, aber auch dann diese Angriffe auf Nazis und so und ich denke schon, dass das ja auch, also dass das halt generell darauf zurückzuführen ist, dass es halt einfach, ja, diese Verengung von Meinungshorizonten, von repressiveren Stimmungen, von der Zuspitzung der Verhältnisse, das trifft natürlich auch eine Linke, selbst wenn sie weiterhin keine gesellschaftlich treibende Kraft geworden ist. Also natürlich ist diese, diese Repression, ich setze nicht nur ein, sobald man jetzt halt kurz vor der Revolution steht oder sowas, das ist natürlich nicht der Fall, aber, trotzdem muss man ja sagen, wie das dann auch Solar geschrieben hat, dass es dann ja schon begrenzt auf einzelne Fälle ist und dass jetzt halt das große Schreckgespenst der Linken irgendwie nicht wirklich an die Wand gemalt wird, sondern das wird dann immer so, ja, Leipzig oder so, da ist dann so ein Hort oder jetzt vielleicht, dann wird auch sich mal eine Struktur rausgepickt wie Ende Gelände jetzt im letzten Verfassungsschutzbericht, wo ja so ein bisschen Fokus drauf gelegt wurde, aber es wird jetzt halt nicht so eine große Bedrohung von links gerade an die Wand gemalt, eher nicht wirklich. Das stimmt, aber also es ist zum Beispiel so, mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein, aber es gibt so eine Organisation, die sozusagen weltweit den Zustand der Meinungsfreiheit untersucht und da wurde also Deutschland letztes Jahr heruntergestuft von der höchsten Stufe auf die zweithöchste, also dass sie sozusagen die Meinungsfreiheit in Deutschland jetzt nicht mehr völlig gegeben ist, sondern eingeschränkt und das wurde mit zwei Dingen begründet, also das eine war diese heftige Repression gegen diese, wie heißen sie denn die, Klimakleber? Letzte Generation. Ja, genau. Letzte Generation und ich meine, also ich bin da jetzt auch ein bisschen, ja, kritisch denen gegenüber eingestellt, aber trotzdem ist es ja wahr, dass sie schon mit einer recht heftigen Repression für ihren zivilen Ungehorsamter überzogen wurden und das Zweite war tatsächlich der Umgang mit den pro-palästinensischen Demos und dieser pro-palästinensischen Bewegung und das zeigt ja schon, also wenn das auch von solchen bürgerlichen NGOs wahrgenommen wird, dass da quasi sich was ändert und die das ja auch weltweit sozusagen vergleichen und Deutschland da jetzt, also sozusagen ein repressiveres Klima attestieren, und dass da eben was dran ist an der Bahn. Also was ich vielleicht auch noch sagen wollte mit den Faktenchecks ist, dass die, also die, wie sehr man sowas kritisch sieht, was in so einem Faktencheck gesagt wird, hängt, denke ich, oft auch damit zusammen, wie sehr man sich jetzt mit dem Thema selber speziell auskennt. Also bei manchen Sachen ist es auch so, dass man einfach mit dem gesunden Mendenverstand eben sehen kann, okay, das ist jetzt was schräg, aber oft fallen einem die Sachen auch erstmal gar nicht so auf und nur dann, wenn man sich halt selber mehr mit dem Thema beschäftigt hat, merkt man, okay, die unterschlagen da aber eine ganz bestimmte Seite oder die stellen da irgendwas als völlig unstrittig da, was vielleicht so unstrittig gar nicht ist oder sowas. Also deswegen, das ist manchmal tatsächlich auch gar nicht so einfach, wenn man sich nicht selber mit irgendwas beschäftigt hat und da eingelesen hat, das zu beurteilen, also manchmal fällt das gar nicht so schnell auf, weil man dann an der Oberfläche denkt, ja, das ist ja doch alles recht plausibel, wie es da dargestellt wird. Also das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, den man dazu erwähnen sollte. Ja, das schreibt ja auch, du schreibst ja auch alles vor allem mit dem, dass es dann auch oft nützlich ist, mal irgendwie Zusammenfassung von Hintergründen und so weiter zu haben und das ist ja auch dann das Ding, das, klar, das ist sicherlich in vielen Fällen auch der Fall, aber tatsächlich, gute Propaganda funktioniert ja auch genau so, dass es halt nicht als diese eins zu eins zu erkennen ist, dass man dann halt direkt sagt, nee, das ist einfach kompletter Unfug, was da steht, sondern dass man genau diesen, auf was für Blickwinkel wird das halt beschrieben, was wird weggelassen, was wird besonders dargestellt. Ich hatte jetzt zum Beispiel heute mit einem Genossen darüber gesprochen, der Fotografie studiert hat und eben meinte, dass ich mal darauf achten solle, wie krass dann von der Fotoauswahl, je nachdem, wie jetzt halt, welcher Politiker dann da halt gezeigt wird, also das zum Beispiel irgendwie bei Orban, der halt sehr stark immer in der Kritik in den deutschen Medien steht, dass es halt einfach fast nur Fotos von ihm von so unten gibt und das ist halt umso weiter von unten man quasi jemanden ins Nasenloch rein fotografiert, umso unsympathischer wirkt halt einfach auf den Menschen halt jemand und umso, das ist halt einfach eine Pose, wo jemand eher so, ja, dass er nicht so wirklich attraktiv ist, sag ich mal gerade und das sind halt dann auch so Punkte, wo was man wollte wirklich in so Feinheiten auch dann halt Tendenzen aufgemacht werden können und ja, Dinge so gedreht werden können, dass sie halt mehr in die eine oder in die andere Richtung erzählt werden können. Und ich glaube, darum geht es dann auch oft eher. vielleicht noch ein Gedanke, es gibt auch noch so eine andere Art von bürgerlicher Ideologie, die im Umgang mit so oppositionellen Meinungen teilweise verwendet wird, wo es eben gerade nicht Faktenchecks sind, sondern ich weiß nicht, wie man das dann nennt, vielleicht Ideologiekritik oder sowas, die dann eben gerade nicht so sehr auf Fakten eingehen, sondern die halt schnell sagen, die und die Formulierung ist doch einfach nur eine Chiffre, die halt von Rechten oder von Antisemiten zum Beispiel gerne verwendet wird und dass man sich dann in dem Fall gar nicht mehr auseinandersetzen muss mit dem wirklichen Inhalt sondern einfach nur sagt, ja okay, das kennen wir ja, dieser Begriff wie sagen wir mal Globalisten, da hat jemand Globalisten gesagt und das ist ja ein rechter Kampfbegriff und daran sieht man schon, dass dieser Mensch eben rechter ist und dass man ihn quasi nicht ernst nehmen muss, aber dass man dann eben in dem Fall überhaupt nicht versucht jetzt sozusagen in dem Fall wirklich einen Faktencheck zu machen und zu sagen, ist jetzt George Soros zum Beispiel ein Globalist, kann man das sagen, was verstehen wir unter dem Begriff Globalist, was finden wir daran nicht gut oder was ist daran vielleicht auch gut und dass man dann das einfach mal auseinander nimmt und dann überlegt, ist dieser Begriff Globalist hier passend oder nicht oder zum Beispiel, dass die Reichsbürger ab und zu sagen, dass Deutschland ein besetztes Land ist und ein Vasallenstaat oder was weiß ich, könnte man ja auch einfach mal untersuchen und dann gucken, okay, inwiefern ist Deutschland souverän oder ist es vielleicht doch sehr abhängig von den USA und so weiter und dann dazu irgendeine Meinung kommt, aber das ist eben auch so eine Art von Umgangsweise, mir fällt da die Antonio Amadeo Stiftung ein zum Beispiel, die sowas gerne macht bei ihren Antisemitismus Definitionen oder Berichterstattungen, also zum Beispiel, wenn sie über die Anti-Ukraine-Kriegsdemos von Wagenknecht und so weiter dann berichtet haben, dass sie dann halt sehr schnell bei der Hand waren, das alles als eine anti-amerikanische und damit auch irgendwie antisemitische Veranstaltung zu denunzieren und da halt auch eben so argumentiert haben, dass ja da irgendwelche Chiffren verwendet werden, die jetzt zwar das nicht direkt aussprechen, dass die Juden hinter diesem Krieg stecken, aber die irgendwie der gemeine Antisemit schon verstehen wird und dass deswegen auch der Wagenknecht dann zugejubelt worden sei auf der Demonstration, weil die vielen Antisemiten im Publikum das dann ja schon richtig verstanden hätten und das finde ich, das ist nochmal so eine andere Methode, die halt gar nicht so funktioniert, dass man eben sehr verengt bestimmte Fakten überprüft und für falsch hält und dann sagt, dann braucht man sich mit dem Rest gar nicht mehr zu befassen, sondern umgekehrt, dass bestimmte Formulierungen und Wortwahl und so weiter einfach als Beweis für eine bestimmte Gesinnung genommen werden, die halt schlimm sei und dann muss man sich mit dem Inhalt letztendlich gar nicht mehr auseinandersetzen. Also das ist auch noch was, was eben existiert als Methode, um sich sozusagen Kritik vom Leibler zu halten letztendlich. Ja, also auch da ist es ja schon ein wahrer Kern halt insofern da drin, dass, wenn wir jetzt bei dem Antisemitismus Beispiel bleiben, dass jetzt ja die meisten Antisemiten jetzt halt nicht explizit die ganze Zeit sagen, ja die Juden machen das, die Juden machen dies, das stimmt ja auch, weil nun mal, also auf der einen Seite ist es halt strafrechtlich eine Frage, so die Leute können halt oftmals nicht das sagen, was sie halt denken, weil sie halt sonst irgendwie krasse Repressionen bekommen und auf der anderen Seite ist es halt auch immer noch zum Glück so, dass es halt in relevanten Teilen von der Öffentlichkeit dann halt auch nicht sonderlich gut ankommt, wenn ich jetzt halt, was weiß ich was, vom Stapel lasse, was jetzt irgendwie antisemitische Propaganda angeht und deswegen stimmt es ja schon, dass diese Leute auch tatsächlich diese Chiffren und so weiter verwenden, aber was jetzt halt als Beispiel dann eben die Stiftung da macht, ist natürlich eine Sache, die, ja wo das dann total auf Koks ausgelegt wird und einfach so getan wird, als wäre jetzt alles halt irgendwie quasi direkt antisemitisch, weil man jetzt zum Beispiel eine verkürzte Kapitalismuskritik hat oder solche Geschichten, was wir auch schon oft behandelt haben. Also das stimmt natürlich, also dass es solche Chiffren schon gibt, aber ich finde, wenn man seriös damit umgeht, dann müsste man ja trotzdem erstmal eine bestimmte Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen und gucken, okay, was steckt dann dahinter, weil ich finde, dann kann man es auch sozusagen das Antisemitische dann im Zweifelsfall an bestimmten Äußerungen auch eher festmachen, also was ja zum Beispiel darin besteht, dass man eine bestimmte Macht und Wirkungsmacht quasi von bestimmten Akteuren halt ins Übermäßige halt vergrößert und wenn man sich halt damit dann wirklich auseinandersetzt und dann kann man zum Beispiel sagen, ja keine Ahnung, George Soros und seine Stiftung, die haben tatsächlich einen ganz bestimmten Einfluss und die versuchen da in verschiedenen Ländern ihre NGOs zu unterstützen und so weiter und das hat natürlich den und den Effekt, aber es wird in dieser Aussage grotesk überzeichnet und so weiter und da werden dann auch, wird also darauf herumgeritten und betont, dass eben Soros auch ein Jude ist und daran sieht man, dass das eben tatsächlich an antisemitische Stereotypen anknüpft und so weiter, aber ich finde, das kann man nur seriös machen, wenn man sich erstmal den Sachverhalt eben genau anschaut. Ja, ich finde, damit haben wir doch auch eigentlich so eine gute Position dazu gefunden. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Fand ich auch. Dein erster Input hier. Und da würde ich sagen, lass uns doch auf jeden Fall zu einem Ende kommen und dann werde ich hier noch eine Sache mit euch behandeln. Okay, dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, das nächste Mal hören wir dich dann ja in der Folge, die wir zusammen machen werden. Das wird cool. Alles klar. Okay, tschüss. Du könntest noch antworten auf Sadis Frage, wenn du möchtest. Was ist das Bild da rechts? Das Bild ist Alfred Massur. Beziehungsweise mein Avatar. Genau. Also grob so könnt ihr euch mich vorstellen. Ja, es ist wie aus dem Gesicht geschnitten. Und es wurde am Anfang auch schon gesagt, es wäre schön, wenn der Alfred Massur seinen Unterkiefer auch noch bewegen könnte beim Reden. Also vielleicht kann das irgendwann mal technisch realisiert werden. Im Moment funktioniert es leider noch nicht. Und ihr müsst euch das, ihr könnt es ja nicht sehen, aber Alfred Massur ist quasi auch der anarchistische Wolfgang M. Schmidt. Also auch immer mit Anzug. Immer perfekt gekleidet. Ja. Okay. Dann Glück auf und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.